Liebe Leute, morgen ist es soweit, der Release vom Landwirtschaftssimulator 19 steht an und ich möchte in dem Sinne nochmal auf unsere Aktion bzw. die Aktion von Gamesplanet hinweisen, dass ihr ordentlich nochmal sparen könnt, nämlich 19% wenn ihr mit Amazon Pay bezahlt. Das heißt, ihr spart insgesamt 3€, bezahlt dann nur noch 28,49€. Danke, danke, danke für den krassen Support, Leute. Ohne Witz, das ist mega nice. Jetzt nochmal einmal ganz kurz, der Preload, der startet hier heute schon. Das bedeutet, Gamesplanet wird auch heute, wenn die Bescheid bekommen, Leute, ihr könnt loslegen. Hier habt ihr die Keys, dann hauen die auch die Keys raus. Dann bekommt ihr eine E-Mail von Gamesplanet. Hier ist euer Steam Key oder ein Giants Key. Ihr könnt ja immer noch entscheiden. Wichtig ist anzumerken, nur noch heute könnt ihr auch das Mahindra Retriever Nutzfahrzeug DLC bekommen, wenn ihr vorbestellt. Weil, ne, Vorbestelleraktionen laufen ja morgen aus, weil es dann erscheint, ganz klar. Also, wer denn da sagt, ich möchte sparen, ich möchte früh genug den Key bekommen und ich möchte dann noch das Mahindra Retriever DLC bekommen, beziehungsweise dieses eine rote Fahrzeug. Der kann das bei Gamesplanet gerne tun. Wie gesagt, Preload startet bald, Leute. Wer hat sich schon vorbereitet? Ich habe schon ganz kuriose Bilder gesehen. Die haben sich schon mit, ich sage mal, Energie ausgestattet und so. Die Nacht wird durchgezockt oder was auch immer. Ich bin gespannt, Leute, was morgen so abgehen wird. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr euch das vorbestellt habt und ob ihr vielleicht auch morgen freigenommen habt, die die Arbeit haben oder normalerweise arbeiten. Schule, Leute, geht vor. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. Danke für euren Support. Und ich würde sagen, gut zockt. Und ich würde sagen, gut zockt.